Ein neues kompaktes Ultraweitwinkel von Sony, ein scheinbar heimliches Update von OM System und die TIPA Awards. Willkommen bei Fotografix News. Seht oder hört ihr mich gerade, dann seid ihr offenbar an den wichtigsten News aus der Welt der Digitalfotografie interessiert. Und falls dem wirklich so ist, dann abonniert doch Fotografix News einfach auf YouTube oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Denn ich, Benjamin Lux, halte euch dann jeden Freitag auf dem Laufenden. Unterstützt werde ich dabei von Fotokoch, eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie. Und nur an diesem Wochenende, also bis zum 21. April, gibt es bei Fotokoch zwei Tamron Objektive für den Sony E-Mount reduziert. Dabei bekommt ihr das Tamron 70-180mm f2.8 der zweiten Generation, ganze 300 Euro günstiger. Und das Tamron 50-400mm f4.5 bis 6.3 gibt es genau 200 Euro günstiger. Wollt ihr zuschlagen, dann folgt doch einfach dem Link in der Podcast- oder der Videobeschreibung. Bleiben wir noch einen Moment bei Objektiven für den Sony E-Mount. Denn Sony selbst hat in seiner G-Series ein neues Ultraweitwinkelobjektiv vorgestellt. Das 16-25mm f2.8 erscheint dabei für Vollformat-Kameras und stellt in gewisser Weise eine günstigere und kleinere Alternative zum 16-35mm f2.8 aus der G-Master Series dar. Das neue 16-25mm f2.8 ist dabei nur 409g schwer und mit Maßen von 9x7,5cm echt kompakt. Der Filterdurchmesser liegt bei 67mm und für diese kompakte Konstruktion vertraut Sony auf 16 Linsen in 13 Gruppen. Zwei Linearmotoren für den Autofokus sind ebenfalls mit an Bord. Laut Herstellerangaben soll das Objektiv dadurch sogar schnell genug sein, um auch die maximale Serienbildgeschwindigkeit von 120 Bildern pro Sekunde, natürlich mit nachführendem Autofokus, von der A9 III zu unterstützen. Das Gehäuse des 16-25mm f2.8 ist gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und soll über eine spezielle Fluorbeschichtung Schmutz an der Vorderseite des Objektivs stärker abhalten. 11 Blendenlamellen und eine Nahentschlagrenze von 18cm gibt es ebenfalls noch. Videofans können zudem den Blendenklick ausschalten und zum Schluss noch den Preis. Für das 16-25mm f2.8 müsst ihr 1399€ einplanen. Los geht's ab Mai 2024. Weitere Infos gibt es in unserer News. Machen wir weiter mit einem kleinen Kameramysterium, denn Nutzer und Nutzerinnen der OM-System OM1 haben nach dem Firmware-Update aus dem April Verbesserungen an der Kamera festgestellt, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Denn offiziell hat der OM-System lediglich die Stabilität einiger Funktionen verbessern wollen und den WiFi-Sichert-Standard WPA2 für die Verbindung mit dem Smartphone nachgeliefert. Die Seite penandtel.de berichtet beispielsweise jetzt über deutliche Verbesserungen beim Autofokus. So seien jetzt auf einmal alle Bilder scharf und nicht nur 30% wieder bei Panasonic G9-2 oder 50% wie bei der alten OM-1. Unterstützt wird diese Annahme von einem weiteren User aus dem DP-Review-Forum. LGreen345 schreibt, dass die Erfassung von Motiven plötzlich sehr gut sei und die Schärferfassung im kontinuierlichen Autofokus bei allen Objektiven verbessert worden sei. Auch im deutschen OLI-Forum, also Olympus, was ja damals OM-System war, gibt es zumindest einen Nutzer, der Verbesserungen festgestellt hat. OM-System hat derartige Verbesserungen weder kommuniziert noch offiziell bestätigt und plant eigentlich erst im Herbst ein größeres Firmware-Update für die OM-1 herauszubringen. Versteht mich nicht falsch, das sind alles sehr begrüßenswerte Beobachtungen. Es ist nur wirklich ein bisschen kurios, dass OM-System die Optimierung weder noch klar kommuniziert oder auch auf das positive Feedback reagiert. Warten wir also mal ab, ob der Hersteller sich bis nächste Woche äußert. Was ja, dann wird es natürlich genau hier erfahren. Der Hersteller 7Artisans hat vergangene Woche ein günstiges Tilt-Shift-Objektiv für APS-C-Kameras von Fuji, Sony und für das MFT-Bajonett vorgestellt. Das Besondere dabei, das kostet nur etwa 239 Euro. Mit einem Tilt-Shift-Objektiv lassen sich etwa in der Architekturfotografie stürzende Linien begradigen oder ihr lasst die Welt durch eine besonders selektive Schärfe wie eine kleine Miniaturwelt aussehen. Derartige Objektive sind normalerweise ziemlich teuer und wenn ihr schon einmal immer tilten und shiften wolltet, dann geht das jetzt endlich auch mal zum Sparkurs. Die Brennweite liegt übrigens bei 50 mm und die Lichtstärke ist mit f1.4 ebenfalls vielversprechend. Ein Autofokus gibt es nicht und Äquivalent zu Kleinbild ergeben sich recht hohe Brennweiten von 75 mm an APS-C und ganze 100 mm an MFT. Strecht euch das nicht ab, dann gibt es alle Kaufmöglichkeiten in unserer News, in der Podcast- und Videobeschreibung. Beispielfotos, wenn ihr sie dann aufgenommen habt, könnt ihr gerne in unsere Leser-Galerie packen. Den Link gibt es ebenfalls in den Shownotes. Okay, Canon ging eben bei den Tilt-Shift-Objektiven leider leer aus. Und daher darf ich euch jetzt noch das Volkländer 75 mm f1.5 für den Canon RF-Mount vorstellen. Und wie ihr euch das fast denken könnt, erscheint das neue Dritthersteller-Objektiv ohne Autofokus. Zumindest, und das ist echt schön, wird aber schon offiziell, ne, wird es aber schon offiziell elektronisch von Canon-Kameras unterstützt. Ihr könnt also alle Focus-Unterstützungsfunktionen sowie alle Exif-Daten nutzen. Das 75 mm f1.5 soll ab April für Canons spiegellose Vollformat-Kameras erscheinen und verfügt dabei über zwölf Blendenlamellen. Die Konstruktion besteht aus sieben Linsen in sechs Gruppen und aufgrund des Metallgehäuses ist es allerdings stolze 525 Gramm schwer. Die Abmessung gibt der Hersteller dabei mit relativ kompakten 7,2 cm in der Länge und 7,4 cm im Durchmesser an. Zu einem Preis von 1.049 Euro könnt ihr das Nocton 57 mm f1.5 bereits vorbestellen, um es direkt zum Marktstatt in den Händen zu halten. Die Technical Image Press Association, kurz TIPA, hat wieder einmal die besten Kameras und Objektive des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Und das hier sind die Gewinner. Ah, Moment, ich bin ja komplett underdressed. So, das ist besser. Also, die beste professionelle MFT-Kamera ist die Panasonic Lumix G9 II und da sagen wir doch herzlichen Glückwunsch. Beste APS-C-Kamera für Einsteiger Canon EOS R100, beste APS-C-Kamera für Experten Sony A6700, die beste Vollformat-Kamera für Experten, die Nikon ZF. Dann kommt die beste Vollformat-Kamera für professionelle Anwender und Anwenderinnen, das ist die Nikon Z8. Die Sony A9 III räumt den Preis für die beste Hybrid-Kamera ab und als beste Premium-Kamera zeichnet die TUIPA die Leica M11P aus. Wer hätte es nicht anders gedacht, die Fujifilm X106 ist die beste Kompakt-Kamera. Dann kommt die beste Mittelformat-Kamera, die Fujifilm GFX 102. Beste Videokamera für professionelle ist die RED V-Raptor 8K VV. Beste Sofortbild-Kamera-Innovation ist die Polaride i2, bestes Fotosmartphone, das Xiaomi 14 Ultra. Und weil diese Listen wahrscheinlich nicht so spannend sind zum Zuhören, halte ich mich bei Objektiven mal ein bisschen kürzer. Sonst formatiert sich nämlich gleich auch bei mir die Festplatte in meinem Kopf bei den ganzen Brennweiten. Wildrocks neues 27mm f1.2 aus der Pro-Linie wurde als bestes Standardobjektiv für APS-C ausgezeichnet. Das Canon RF 24-105mm f2.8 L als bestes Hybrid-Zoom und das Nikon Z 135mm f1.8 S Plenar als bestes professionelles Portraitobjektiv. Die ganze Liste gibt es jetzt gerade auf YouTube eingeblendet. Schaut ihr den Podcast, ne, hört ihr den Podcast, dann könnt ihr zudem den ausführlichen Artikel in den Show Notes lesen. Dort seht ihr dann auch alle 12 Auszeichnungen in der Objektiv-Rubrik. Dort seht ihr auch die beste Fotosoftware. An dieser Stelle verrate ich aber schon mal, Adobe ist trotz aller KI-Bemühungen nicht dabei. Wollt ihr über die Themen der Woche diskutieren, dann treffen wir uns doch einfach später in der Kommentarspalte hier unten unter YouTube. Oder ihr nutzt meinen Wochenrückblick, der immer samstags auf fotografix-magazin.de erscheint. Hat euch diese Folge gefallen, dann nutzt doch ganz ganz gerne den Gefällt-mir-Button und abonniert Fotografix-Magazin auf YouTube und auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich verabschiede mich bis nächste Woche und sage ganz offiziell auf Wiederhören.